herzlich willkommen beim einzigen ort der wahrheit in der welt wahrheit die uns ausschließlich die naturwissenschaften liefern können alles andere ist dann aberglaube pseudowissenschaft und illusion so ja hier unser tagesbild und wie gesagt bitte immer gucken hier bitte immer hier zahnrädchen bedienen geschwindigkeit einstellen hier sie können das bis zu zweifach einstellen so dass dann dass sie können jedes beliebige tempo auswählen ich wähle wenn ich mich entspannen will und radio höre gehe ich auf 0,75 und wenn ich schnell sichte gehe ich bei den sendungen auf 1,75 und da ich ja ganz langsam spreche können sie bei mir auch dann auf zwei klicken ja gestern war eben auch thema die wirtschaftswunderdaten welche rolle spielen die also wie wird unser gesellschaftssystem menschenfreundlich durch lenkung von markt und arbeitsteilung durch durch die wohlfühlstimme als neue wahlstimme die gesundheitsdaten als zusätzliche grundlage der verdienst zuschläge vermittlung und die langlebigkeitsdaten und die wirtschaftswunderdaten und dann noch viele andere kleinere steuerelemente die auch zur ermittlung von verdienst zuschlägen und so weiter verwendet werden ja und wenn wenn man die wirtschaftswunderdaten also die wirtschaftlichen finanzdaten mit rein bezieht dann ist das quasi so dass wir deutschland als eine firma betrachten als ein unternehmen und dann werden quasi die ein anderen wirtschaftstreibenden am unternehmensgewinn beteiligt so wie man wie es auch unternehmen gibt wo die mitarbeiter teilweise am unternehmensgewinn beteiligt sind machen wir das dann auch mit deutschland wir betrachten deutschland als ein unternehmen und da werden die menschen beteiligt wenn sie es schaffen mein wohlbefinden zu verbessern meine langlebigkeit meine gesundheit zu verbessern und die gesamten volkswirtschaftlichen reichtum zu verbessern so wird dann also sozusagen menschliches verhalten gelenkt nicht mehr wie bisher gegen den rest der gesellschaft zu arbeiten in vielerlei hinsicht sondern für den rest der gesellschaft zu arbeiten also die wirtschaftswunderdaten verstehen wir also als beteiligung am unternehmensgewinn des unternehmens deutschland schluck wasser so viel von zu den kurznachrichten alles andere ist irrelevant für 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 kluge menschen jedenfalls was so an nachrichten ist schauen wir uns mal an wie es mit dem tagesthema aussieht den tagesthemen hier haben wir die tagesthemen die kommen nachher ja und äh dann erst einmal noch zu den kurznachrichten zählend oder eben nehmen wir doch als tagesthema gleich äh corona wahrheit ganz anders dr wolfgang wodak bei der spd war ja jetzt schon zweimal bei dem acu ich nenne sie ja beide acu ist der einfachheit beides sind außerparlamentarische corona untersuchungsausschüsse schüsse und bodak war bei dem ersten von den vier anwältinnen und anwälten und der zweite ist ja äh sozusagen der mit bodo schiffmann ja auch um und ja und unsere aussage also unsere vier professoren doktoren fachleute äh von den nextscientistsforfuture.de die also äh sozusagen äh unsere aussage würde ja um ja fünf punkte kreisen erstens kernaussage erste kernaussage die künstliche erzeugung jeder untersterblichkeit ist immer schädlich also man kann natürlich wenn jedes jahr 940.000 menschen ganz normal in deutschland sterben dann kann ich natürlich hingehen und kann mit künstlichen technischen mitteln wie zum beispiel dass ich die ganz normale ausbreitung von viren oder bakterien in der gesellschaft einfach künstlich runter drücke kann ich natürlich künstlich äh äh sozusagen äh durch lockdowns äh die eine untersterblichkeit erzeugen aber diese für die zahle ich ja immer einen sehr hohen preis und dieser preis ist immer zu hoch und wir haben ja im jahre 2018 hatten wir zum beispiel mit 25.100 grippetoten eine kräftige wintersterblichkeit und jetzt haben wir ja durch den lockdown das runtergeknüppelt dieses jahr auf 9.000 coronatote wobei wahrscheinlich alle grippetoten auch als coronatote eingeordnet wurden denn es gibt praktisch kaum grippetote also als ob das virus corona sozusagen alle grippeviren getötet hätte kann aber wohl nicht sein ne also da wurde wahrscheinlich äh einfach äh hat der test auch angeschlagen bei den grippetoten sozusagen ne und dann wurden die alle in corona eingeordnet aber dieses runterknüppeln von 25.000 auf 9.000 ist immer ein fehler weil das bedeutet ich greife künstlich in die normalen sterblichkeitsprozesse einer gesellschaft ein zahle einen hohen preis dafür das kann ich immer machen man kann nicht wenn ich wenn ich unendlich viele milliarden ausgehe kann gegeben kann ich irgendwo immer sterblichkeiten runterknüppeln aber äh äh sozusagen äh äh der preis den man dafür zahlt ist immer zu groß ne dann die gefährlichkeitsüberschätzung in schweden ich mach nur stellvertretend nur die eine aussage in schweden hätten wir wenn wir einen wirklich gefährlichen erreger wie die pest gehabt hätten hätten wir jetzt 3,3 millionen tote äh haben aber jetzt durch corona nur 5.500 tote also ungefähr in der größenordnung äh corona ist hat also ungefähr ein tausendstel der tötungskraft äh einer einer pest äh eines pesterregers ist also eher im bereich äh einer äh schlimmstenfalls äh hat hat schweden also bewiesen dass es sich eher um eine kräftige grippe handelt und da äh hätte man eigentlich gar keine maßnahmen tätigen sollen schluck wasser weil man eben dann bei einer kräftigen grippe dann durch einen lockdown eben eine künstliche untersterblichkeit erzeugt und darf da dann der preis natürlich viel zu hoch ist da und jetzt woher kommt unsere wie woher kommt die offenheit der next scientists for future punkt de für solche möglichen überschätzungen gefährlichkeits überschätzungen also also sozusagen woher kommt die offen die offenheit überhaupt in diese richtung zu suchen und zu denken das kommt aus der naturwissenschaft selbstverständlich also da fehlt was so also die evolutionsbiologie lehrt uns hier haben wir den ersten früharzt der evolution früharzt und frühhändler und der sagt ja ihr müsst euch weiterhin so naturbelassen wie bisher ernähren müsst euer natürliches liebesleben in euren kommunen leben dann habt ihr gute starke immunsysteme und braucht euch über krankheitsursachen keine Sorgen zu machen dann kommt der erste nach dem naturgesetz von mutationen muss es zwangsläufig zum sich ersten irrenden früharzt und frühhändler kommen und der sagt ja nein ihr könnt ruhig auch meine denaturierte nahrung essen die ist genauso gesund wie alles andere und außerdem ja ja sozusagen und dann essen sich die Leute krank er kann ganz viel Impfungen, Tests, Bestrahlungen am Anfang sind es natürlich Heiltränke oder irgend sowas verkaufen aber eben in moderner Form dann immer mehr verkaufen kann deswegen zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel sozusagen sich leisten auch weil sein Geschäft so brummt und das Geschäft seiner Kinder so brummt und so weiter und so ist er dann der Vorfahre von Trostenwieler und Lauterbach und ja so kann man also ganz klar sagen ein Früharzt der auch hingeht also jetzt machen wir das andere Beispiel noch dieser Früharzt der Wahrheitsorientierte sagt auch ach nein diese winzigen Krankheitserreger und alle möglichen Krankheitserreger sind unbedeutend entscheidend ist die Stärke deines Immunsystems und diese Erreger die tun uns nicht viel wenn ihr nur naturbelassen lebt dann kann eigentlich nichts euch was anhaben ja und der hier der äußert seinen Irrtum nämlich nein alle diese winzigen Tierchen die man dann später Viren und Bakterien und so weiter nennt nein die sind alle schrecklich gefährlich sind unheimliche Killer und unheimlich und so weiter aber nein die denaturierte Nahrung ist kein Killer nein die Viren sind die Killer also quasi er tauscht das aus also während der hier richtig erkennt dass die Nahrung entscheidet über die Stärke des Immunsystems und die Viren und Bakterien relativ irrelevant sind tauscht der sich irrende Früharzt und Händler die Sache eigentlich einfach nur aus er sagt quasi nein die denaturierte Nahrung ist es nicht die euer Immunsystem schwächt sondern die Viren und Bakterien sind einfach so stark dass die eben die Ursache des Krankheitsproblems sind und nicht eure durch die die Fehlernährung geschwächten Immunsysteme ne und so durch diesen Austausch diesen irrtumsmäßigen Austausch werden die Leute chronisch krank er kann ihnen viel verkaufen und er wird der Marktführer und verdrängt alle anderen bringt diese anderen Praxen tendenziell zum Aussterben das ist also sozusagen der Ausnahmearzt unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung und die stehen immer unter dem starken Selektionsdruck weil sie nicht viel verdienen und die sich irrenden Mainstream-Ärzte sind also die die unter Markt- und Arbeitsteilung mit ihren gewinnbringenden karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern sozusagen riesige Profite machen die sind immer im Vorteil und bilden immer die Mainstream-Masse und da wir das wissen haben wir sozusagen als Naturwissenschaftler immer diese Offenheit dafür immer davon auszugehen dass Medizin jederzeit und in allen Bereichen zu einer Gefährlichkeitsüberschätzung neigt weil sich auf der Grundlage einer Gefährlichkeitsüberschätzung grundsätzlich mehr Operationen mehr Tests mehr Impfungen mehr Bestrahlung mehr Chemotherapien verkaufen lassen also wenn zum Beispiel eine Krebsgeschichte überschätzt wird in ihrer Gefährlichkeit dann führt das dazu dass der Arzt statistisch mehr Krebsbehandlungen wird verkaufen können und das Krankenhaus dadurch wirtschaftlich besser dasteht als wenn es nicht zu Gefährlichkeitsüberschätzungen kommt und das ist also die tiefe Ursache ist also dass unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung wir die Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege bräuchten die also wo der Arzt quasi anhand der Wohlfühlstimmen der Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten also der Arzt quasi dahin gelenkt wird das Richtige zu tun und eben zum Beispiel dann eben auch alles zu tun um das Immunsystem der Menschen zu stärken sodass dann Viren und Bakterien wieder relativ irrelevant werden unwichtig werden unbedeutend ja und unsere Empfehlung also und diese Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege würde eben dafür sorgen dass wir nie wieder eine Schweinegrippe und oder Corona Erscheinung bekommen werden denn das ist ja ein Phänomen das auf der Grundlage eine von Fehlanreizen im Gesundheitswesen entstanden ist und wenn wir durch die Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege und am besten natürlich noch viele andere Reformen grundsätzlich die Fehlanfreiheitsproblematik im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft beenden dann haben wir auch kriegen wir haben wir nie wieder solche Gefährlichkeits Überschätzungs Erscheinungen wie bei Schweinegrippe und Corona zu befürchten wir würden also die Ursache beheben so und jetzt aufgrund aber dieser Erkenntnis dieser Offenheit dafür dass Medizin im Rahmen eines Fehlanreizsystems immer wieder zu Gefährlichkeits Überschätzungen in allen Bereichen neigt hätten wir wenn wir gefragt wurden der Regierung empfohlen liebe Regierung machen sie erst einmal gar nichts beruhigen sie die Bevölkerung sagen bitte schützen sie sich ganz normal so wie sie jeden Winter sich vor jeder normalen Grippe schützen durch Niesen in den Ellenbogen Hände waschen keine Hände geben gewissen Abstand halten besonders zu niesen und hustenden Personen und schon hätte es ausgereicht sozusagen und dann bitte begeben sie sich grundsätzlich wenn sie erkrankt sind möglichst nicht in Arztpraxen oder Krankenhäuser denn dort ist die Wahrscheinlichkeit dass sie sich mit Krankenhauskillerkeimen zusatzinfizieren und so weiter am größten also bitte versuchen sie vielleicht über Telefon wenn dann mit ihrem Hausarzt sich zu beraten und wenden sie Hausmittelchen an und gucken sie erst wenn es ihnen so schlecht geht viel schlechter geht als bei früheren Erkrankungen die sie selbst auskuriert haben dann können sie natürlich auch dann sofort in die Notaufnahme von Krankenhäusern gehen weil wir wollen als Regierung wissen ob sozusagen diese diese Variante der Atemwegs der winterlichen Atemwegserkrankungen die wir jetzt Corona nennen ob die in irgendeiner Weise überhaupt schlimmer ist ja denn wir als Regierung wollen eben gucken ob ja und dann hätten wir der Regierung empfohlen bitte liebe Regierung nehmen sie Biologen an ihrer Seite die überhaupt keinerlei wirtschaftliche Beziehung zur Medizinindustrie und pharmazeutischen Industrie haben und lassen sie letztendlich diese Biologen darüber entscheiden ob jemand wirklich ein Intensivbett braucht oder ob hier nicht die Tendenz besteht dass die Medizin aus pekuniären Interessen also finanziellen Interessen heraus möglicherweise leichtfertig Corona Intensivbetten voll macht und mit und die Beatmung einsetzt einfach weil es so gut bezahlt wird ja und denn so eine Gefahr besteht ja immer ab dem Moment wo eben in China quasi das Wort Corona gefallen ist sozusagen in dem Moment ist natürlich die Medizin auch besonders bereit jetzt dann auch Intensivbetten besonders leicht fertig zu belegen und und auch besonders leicht fertig schwere Beatmungsmaßnahmen einzusetzen die ja was ja dann sehr gut honoriert wird ja und deswegen also die Empfehlung bitte liebe Leute bleiben sie so lange kurieren sie sich so lange wie möglich zuhause aus erst wenn irgendwas wirklich ganz besonders schlimmes ist dann gehen sie sofort in die Notaufnahme und dann wenn dann so nach diesem mit solcher Strategie dann wirklich mal so 70% der Intensivbetten belegt worden wären und wirklich voll gewesen wären dann hätten sollte man dann das Tempo der weiteren Beschleunigung sozusagen runterfahren durch einen Lockdown aber eben nicht einfach so ja Schluck Wasser ja damit ist alles gesagt was wichtig ist in aller Kürze zum Thema entscheidende Aussage zum Corona-Ausschuss denn nur wir können sagen wie man dafür sorgt dass es nach Schweinegrippe und Corona nie wieder solch etwas gibt ne ja die Tagesthemen fertig Greta Thunberg und Fridays for Future wollen ja jetzt wieder am 25. September wieder ihren nächsten Großstreik machen ja ich fürchte also wie gesagt ich habe mich ja mit dem dem Chef von Fridays for Future Köln mal letztens wieder unterhalten und es ist ganz klar der unbedingte Wille auf keinen Fall den Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima der nextscientistforfuture.de anzunehmen man will irgendwie unbedingt mit dem Kopf immer weiter gegen die Betonwand rennen irgendwie muss es Gründe geben warum man einfach nur jammern und klagen will wie das ja die meisten Demonstrationen machen aber an einer Lösung offensichtlich überhaupt nicht interessiert ist da kann man jetzt wollen wir gar nicht rumspekulieren welche Hintergründe da eine Rolle spielen welche Interessenslagen welche ob es um ja also es kann tausend Gründe geben aber es scheint so zu sein dass man die Lösung gar nicht will man sucht also nur Argumente warum der Kohlestopp 2026 durch die nextscientists for future nicht geschafft werden könnte als ob man eigentlich das übergeordnete Ziel hätte dass Deutschland gar nicht wirklich erfolgreich Klimaschutz praktizieren sollte und das ist schwer zu verstehen da denkt man man wäre irgendwie ja also das das ist also ja wir werden vielleicht irgendwann mal die tieferen Hintergründe für solches paradoxe verhalten sozusagen verstehen aber es ist so wie es ist ja also die Corona Wahrheit wie ich ja eben dargestellt habe ist eben ganz anders ja und dann haben wir noch KenFM und da müssen wir sagen bitte lieber KenFM wie gestern schon gesagt bitte nicht immer irgendwelche Leute beschuldigen dass sie vielleicht irgendwelche Pläne hätten wie Bill Gates oder andere das ist führt immer eigentlich führt immer dazu dass alle Türen zu gehen wenn ich jemanden wenn ich mit jemanden eine Lösung wenn ich eine bessere Gesellschaft will und ich sage den den Reichen und Mächtigen also gehe hier so vor und sage hier den Politik Königen den Journalisten Königen den Unternehmer Königen den Lobbyisten Königen und so weiter und sage denen alle ihr seid irgendwie böse und habt böse Pläne mit uns und so weiter dann gehen die Türen zu weil wer will schon mit jemandem reden der einem böse Absichten unterstellt und deswegen lieber KenFM lieber Sender KenFM versuchen sie auf die Ebene zu gehen dass alle es gut meinen auch wenn wenn vielleicht der eine oder andere wirklich böse Absichten haben sollte ist dann immer grundsätzlich die die Gesprächs Bereitschaft immer besser wenn man dem anderen immer grundsätzlich unterstellt dass er grundsätzlich die besten Absichten hat nur leider halt voll von diesen gewinnbringenden Irrtümern ist die ebenso unsere gesamte unsere gesamten Gehirne im Rahmen von ungelenktem Markt- und Arbeitsteilung durchziehen ja das war's schon wieder mit den diesen jetzigen Tagesthemen Tschüssi bis bald mit des Da nah